Ich nehm das hier mit. Da war niemals R9, oder? War da R9? War da R9? Das ist ja eh so kitchett, aber war da R9? Holy shit, wie viel schreiben R9? Kurzer Clip, letzte drei Minuten. War da R9? Wie viel schreiben da R9? Oh mein Gott, sie mau. Ja, spul doch mal hier. Wann hab ich das denn aufgemacht? Ah, ihr Wichser, ihr Wichser, ihr Wichser. Scheiße, ich wollte erst drei nehmen, Tropfer. War aber ein schlechter Pic-Chat, ne? Ihr dreckigen Wichser, ihr dreckigen. Aber ich glaub, DSAI ist sogar der Beste, oder?